Moin und Wartmannsheil vom Team Winz. Um während der Wintermonate sicher jagen zu können, ist es wichtig, wirklich warm zu sein auf einer Kanzel. Eine Möglichkeit bietet zum Beispiel der Little Buddy von Mr. Heater. Bis zu 9 Kubikmeter kann dieser aufheizen und das mit einer Leistung von 1,1 kW. Betrieben wird der Little Buddy mit einer herkömmlichen, im Handel erhältlichen Gaskartusche. Neben dem eigentlichen Heizstrahler gehört ein Adapter dazu, sodass ich die Möglichkeit habe, auch verschiedene Flaschen mit dem Heater zu verbinden. Natürlich gehört auch ein Standfuß dazu und sollte der Heater umkippen, schaltet er direkt ab. Das tut er übrigens auch, wenn er merkt, dass zu wenig Sauerstoff in der Umgebung ist. Die Inbetriebnahme des Heaters ist denkbar einfach. Nachdem ich das Adapter mit dem Heizgerät verbunden habe, muss ich lediglich die Flasche auf den Adapter schrauben. Nachdem ich beides fest miteinander verbunden habe, empfehle ich ganz klar eine Dichtigkeitsprüfung, zum Beispiel mit einer Seifenlauge entlang der Verbindung zu prüfen. Um den Heizstrahler zu starten, betätige ich lediglich den Pierzo-Zünder und schon verbreitet er eine angenehme Wärme. Durch die eingebauten Abschaltmechanismen ist es wirklich ein sicheres Gerät. Trotzdem würden wir empfehlen, ihn nicht unbeaufsichtig zu betreiben. Um das Gerät auszuschalten, drücke ich lediglich den Off-Button. Wir wünschen Weidmannsheil.